gut ja wo war ich gerade genau ich wollte hier den ganzen kann aber kurz angucken ob ich das vergessen habe kann aber kann die verschiedenen dinge anwählen ist ja höchst interessant noch irgendwas waschbecken sofa urkunden und das ding wunderbar gut ich habe keine ahnung was in diesen schachteln steckt aber wenn ich sie hierhin getan habe gibt es vermutlich einen grund dafür ja vermutlich da gibt es nichts interessantes eine broschüre über die verarbeitung von jade ein essay über das schlafwandeln und eine geschichte über die tempelritter ich muss besoffen gewesen sein als ich diese bücher gekauft habe oder sehr interessiert vielleicht ein andern mal hier vielleicht das einzig nützliche auf diesem regal ist das telefonbuch von new york ja nimmst doch mit ich brauche jetzt kein telefonbuch aber ist dick genug patronen zu verbergen nutzloser broschüren alles das hat man schon das hat man schon das hat man schon ja ja okay aber genau vielleicht ein andern mal doch nicht ja 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 ich hätte ganz kurz gedacht das ist vielleicht zynischerweise die die broschüre über die ethik bei der bei detektivarbeit vielleicht doch um die patronen reingepackt hätte oder sowas aber das war es offensichtlich nicht gut hier war nichts weiter was ich nicht was ich nicht schon angeklickt hätte und hier haben wir auch nur das was wir bereits angeklickt haben von daher habe ich offensichtlich keine ahnung was noch machen können die ganzen fälle die ich in den letzten jaja das hat man schon lieber nicht wenn ich mir diese fälle noch mal anschauen muss kriege ich minderwertigkeitskomplexe also ich habe diese spiele manchmal das problem dass das ist doch anscheinend schlecht ist auch die stimmung ganz gut ist aber man hält sich so oft an kleinigkeiten auf ich war noch nie sehr ordentlich wie jetzt zum beispiel praten regen und blitze ideales wetter für einen spaziergang muss vielleicht das licht ausschalten die patronen zu finden das ist aber auch ganz schön schwachsinnig oder ist irgendwie der lampe drin oder sowas nie irgendwas total seltsam ist der lichtschalter so kann ich hier drin nicht sehen ich sollte das licht wieder an machen dann macht sich da wieder ein ok oder sich was gemacht hätte macht sich an sich wir an ja vielleicht aber vielleicht kommen wir auch irgendwie an diese komische eulen statu da oben ran beziehungsweise möwen statu oder irgendwas in der richtung und irgendwas drauf werfen oder sowas und das gibt uns vielleicht einen hinweis darauf wo die patronen sein könnte was könntest du jetzt darauf werfen ich habe alles danach die pistole am besten nicht gerade den film auch nicht gerade die schlüssel vielleicht die mit das geht so nicht da bin ich mir sicher okay dann das dietrich set ich kann nicht jedes schloss knacken ich brauche einen guten grund um das zu tun okay was könntest du noch werfen natürlich was ist es wert mir leuchtet nicht ein wie ich diese dinge zusammen benutzen soll apropos kann sich auch einfach dass in den zigarettenpäckchen natürlich genauso gut patronen versteckt haben meine zigaretten und mein glücksfeuer zeug allerdings hat es mir nie wirklich glück gebracht vielleicht so kombiniert mit kann man das im inventar kombinieren meine knarre ich habe sie mir zugelegt als ich meine lizenz als privatermittler bekommen habe eine woche später habe ich aufgehört sie mit mir rumzutragen nutzloser ballast ja aber wo hast du mal patronen gelassen ich meine sowas wie ein hinweis wäre nicht schlecht genau das fehlt mir ein bisschen gespielt das ist das hinweissystem oder irgendwas wo man sagt ja wo könnte man etwas hingelegt haben als natürlich ein bisschen doof dann wieder runter oder raus mit uns hier ist irgendwie also space oder gab es nicht irgendwie hier optionen bla 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 lehrtaste rechte maustaste mittlere maustaste nein ich habe ja weiß gar nichts vergessen aber es ist komisch gerade was ist mit dem rad eigentlich aber die blöde das ist zwar kein teurer art deco kronleuchter aber die lampe tut's auch licht genug ich sammle nicht jeden gegenstand ein über den ich stolpere ja ich wüsste euch gesagt nicht was ich mit der lande machen sollte da habe ich irgendwas wirklich die ich wüsste wirklich nicht was ich damit machen sollte also lasst es erstmal sein diese strippe kann ich auch nicht nehmen hier in diesem buchregal ist nichts apartment angemietet habe war das ding schon drin ist etwas kaputt aber wenigstens habe ich nichts dafür bezahlt okay hier ist ja die munition hoffentlich ist die nicht über die jahre verrostet na toll drei kugeln ich sollte das optimistisch sehen und das magazin als halb voll nicht als halb leer betrachten ja mit der munition mit ich muss also jetzt wirklich so tun also mache ich muss wirklich jede einzelne schachtel jedes einzelne element dieses spiel ist jetzt geladen ja jedes einzelne element dieses spiels ja ansehen und auch versuchen zu benutzen völlig egal was dazu sagt weil jeder karton der noch so gleich aussieht kann auch bei der munition oder sowas beinhalten das ist natürlich ein bisschen lustig apropos kannst du mal versuchen deine waffe gleich zu laden wäre es nicht ganz clever oder hast du schon gemacht meine knarre ich habe sie mir zugelegt als ich meine ja na gut ich nehme an du hast es ist schon geladen weil ich die munition nicht mehr im inventar habe ich kann also wieder rausgehen gut oder endlich rausgehen und diesen mysteriösen anrufen guck mal eine weitere zeitung eine alte ausgabe von heute storm in coming ok westen sagt dass er gewinnen wird alkohol ist der fahrt zur hölle das kann ich richtig lesen doch irgendwelche es wird es werden unruhe oder nicht unruhe es werden schwierigkeiten erwartet wegen dem rauen wetter ja und 26 märz 1934 wunderbar gut so kann man weiter klicken ausgabe der new york voice nicht dass ich irgendein hinweis da passe weil ich das nicht irgendwie aufgeklickt habe oder sowas macht es kurz noch ausnahmsweise hat der wetterbericht einmal recht behalten so einen wolkenbruch habe ich noch nie erlebt als ob new york von einem hurricane heimgesucht wird so sicher wie der bürgermeister westen von seiner wiederwahl spricht scheint es als ob seine wahlkampagne nicht nur aus reden und händeschütteln besteht schlussendlich lassen sich die stimmen die man nicht über das wahlprogramm gewinnen konnte immer noch mit geld erkaufen ja okay und kardinal rastinger erklärt alkoholmissbrauch den kampf solche meldungen sind der grund warum ich und die kirche nicht miteinander auskommen kardinal rastinger wirklich kardinal rastinger ja kardinal rastinger ist jetzt zurückgetreten nicht wahr oder ja doch ist mittlerweile gut aber noch irgendwas ja können wir zurück ins Büro gehen wir könnten hoch gehen wir könnten wahrscheinlich hinten lang gehen können wir wirklich wir können dieses plakat betrachten was ich direkt mal tue das sieht nach einem filmplakat aus ich kann den titel nicht lesen ich kann nur ein schiff der seestreitkräfte ausmachen ich glaube ich kann auch ohne zurecht es gibt nichts freundlicheres als ein Willkommensschild in Kyrillisch jedenfalls hoffe ich dass das ein Willkommensgruß ist naja ich denke schon eine verrückte idee ein regenschirm in einem schirmständer das ergibt natürlich sinn hat man jemals einen detektiv mit einem regenschirm rumlaufen sehen na eben ich lasse ihn lieber da ja wunderbar und matroschkos haben wir hier wie schön ich glaube das ist eine barbuschka puppe das sieht einfach nicht so aus wie etwas mit dem ein kind gerne spielen würde ja aber es ist irgendwie klasse nein ich könnte sie nie aus ihrer natürlichen umgebung entfernen du meinst russland das ist jetzt schlecht slowenskis portier verschlag der russische geizkragen steckt sonst den ganzen tag in diesem loch komisch dass er jetzt nicht da ist nein danke ich glaube nicht dass ich ein guter portier wäre was du was machen dann ist dies portier hat das schon alles gut gut äh das ist alles das gleiche hier ist alles das gleiche ok die mülltüten geben der bude einen gewissen verblassten charme der ihre einzigartigkeit ausmacht die fasse ich lieber nicht an da ist vielleicht neben dem müll auch noch was anderes drin ja wer für die vielleicht gebrauchen könnte ist na gut da würde ich sagen gehen wir erstmal hoch bevor wir rausgehen ich will nicht nach oben ich habe mir mein büro extra im erdgeschoss ausgesucht damit ich nicht jeden tag treppen steigen muss mein gott bist du faul oder geh halt raus weil nichts zu tun gibt denke ich zumindest ja ein weiteres plakat ist bürgermeister smith wählt ein besseres new york was für ein slogan ein dreijähriger hätte es nicht besser machen können möglicherweise kann ich glaube ich kann auch ohne zurecht sagst du das sind die fenster von meinem büro klein schmutzig und wenig einladend ich weiß ich bin ein langweiler aber ich bevorzuge die tür gut weiterer müll ich mache mir für meinen job gern mal die hände schmutzig aber nicht völlig grundlos ihr könnt sagen was ich finde diese großen platten von diesen gehen übrigens ziemlich schön muss ich sagen die feuerleiter nach meinen erfahrungen mit den baulichen mängeln hier bricht das ding zusammen sobald man einen fuß drauf setzt du musst euch wirklich feuer benutzen nein kein feuer also auch keine feuerleiter denn du kannst ja auch eher im haus rumwandern hier ist noch ein plakat oder noch ein zettelchen ein aushang der die anwohner vor einer mäuseplage in der nachbarschaft warnt und ratten auch dafür ist die lower east zeit berühmt kannst du das mitnehmen ich kann auch ohne zurecht und du hast hier raus und da oben auch okay gehen wir erstmal unten lang aber die dunkle gasse na gut dann eben jetzt da lang dass wir alles gesehen haben zumindest wo sind wir hier hier was ist ja da mein wagen noch in halem steht ist das die einzige möglichkeit für mich nach brooklyn zu kommen und ich nehme an wir müssen nach brooklyn wählen laden vom alten mr abraham sogar der laden von dem alten geizkragen musste dicht machen wenn die wirtschaftskrise anhält gibt es hier in zwei jahren keine geschäfte mehr auf der lower east zeit nichts mehr drin der geizige mr abraham hat sicher noch die fußbudendielen mitgenommen bevor er ausgezogen ist ja wenn sie was kosten warum nicht in die wirtschaft ja ja das hat man schon die lataren muss nicht wichtig aber die weiteren mühkurs ich bin noch nicht verzweifelt genug um hier im müll zu wühlen ja noch nicht und bei der plakate grüßet was jedes plakat ein und jeden müll wichtig waren finden bald statt die haben die straßen richtiggehend mit wahlplakaten gepflastert vor allem sichtlich wie ich diese leute hasse ach kommen wir sind oder wie du und ich nur mit macht der wahlen finden bald statt die haben die straßen richter ja 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 bevor ich dieses taxi steige ich jetzt aber gucken ob ich noch irgendwas sag mal halbwegs offensichtlich wichtiges finden ihr kann kann es da hinten lang gehen oder sagst dann sowas wie das lieber mit dem taxi fahren möchtest und das nach brooklyn zu weit ist nee du bist wirklich da lang okay und kommen wieder an der roten tulp raus na gut da kommen wir auch gleich wieder zurück und ins taxi einsteigen hoffe ich zumindest aber wahrscheinlich ist da wieder irgendwas los satten platten und ich muss einen reifen besorgen es hat kein benzin und ich muss benzin besorgen und jetzt hat man schon benzin hat man schon das problem der fahrer ist weg ich muss den fahrer besorgen eine frage kannst du nicht gleich angucken dampfenden gullis die so charakteristisch sind für diese stadt das stimmt sie müssen für eine verrückte idee na gut was tun für ein kind ich kann helfen dir ja ob ich zu den melville docks in brooklyn sorry freund ich im moment kein was soll das heißen das heißt ich nicht arbeit ich pause nix fahrt nix arbeit und nix dumme fragen ich pause okay ich muss den melville docks ist es dringend man ist die pause vorbei wann ist eine pause vorbei ich nicht wissen genau kann sein zwei kann sein drei stunden bitte stunden hause was für ein nacht taxi soll denn das sein wenn du hier mitten in der nacht drei stunden pause machst ich nicht spreche über meine arbeit mit dir schon gar nicht in pause es ist lustig okay ich muss den melville docks es ist dringend ich muss zu den melville docks es ist dringend kumpel das dein problem nicht mein ok bring mich zu den melville docks ich zahle auch das doppelte ich habe nicht mehr so viel geld bring mich zu den melville docks ich zahle dir auch das doppelte garantiert nicht ich nicht braucht dein geld ich großen batzen verdient heute und jetzt ich pause was viel geld verdient okay was was illegales gemacht er verflucht fahrer zu dem melville docks und zwar pronto verflucht fahrer zu den melville docks und zwar pronto du taub freundchen ich weg wenn du in große eile und schnell taxi wollen berufen taxi firma und sie schicken andere taxi die b nummer wiedersehen ganz genau jones meinung bis dann gut vielleicht kann ich ins büro gehen mir ein anderes taxi rufen weil ich nehme an das wird so einfach nicht funktionieren ich bin ein guter direktiv und versuch das nicht mit vorgehaltener waffe aber vielleicht mit geld obwohl er gerade schon meinte dass er eigentlich lieber war vielleicht direktiv lizenz ist wäre vielleicht was das geht so nicht da bin ich mir sicher na gut dann vielleicht mit einer zigarette als ausgleich als freundlicher charakterzug die grete an mir leuchtet nicht ein wie ich diese Dinge zusammen benutzen soll. Okay, dann vielleicht... Ja, doch, gerne. Ich probiere es einmal wenigstens aus. Nein, das ergibt keinen Sinn. Gut. Oder halt zuletzt die aggressive Variante mit der Waffe. Sehe ich aus wie jemand, der immer gleich auf alles schießt? Nee, aber momentan ist mir gerade so ein bisschen nachvollziehbar. So weg. Ähm... Nem, nem, nem. Oh, verflucht. Das Taxi macht Pause. Dann werden wir vielleicht mal zur roten Tulpe rübergehen. Vielleicht weiß der Gerät dann noch irgendein Rat, wenn sie denn gerade drin ist. Er ist zu. Natürlich ist er zu. Na gut, dann gehen wir halt hier lang und wieder in unser Büro rein. Und versuchen tatsächlich mal mit dem Münz-Fernsprecher... Also kein Münz-Fernsprecher, hier ist einfach der normale Fahrt-Sprecher. Das Telefon. Ja, äh... Die Taxi-Zentrale anzurufen. Oder muss ich dann vorher zum Telefonbuch gehen, mir die Nummer gegeben lassen. Das wäre natürlich auch lustig. New York-Vermittlung hier. Was... Ja, ja, bla, bla, bla. Ähm... Genau, ein Taxi-Unternehmen, bitte. Ein Taxi-Unternehmen, bitte. Einen Moment, bitte. Hallo, Winkels Taxis, was kann ich für Sie tun? Äh, ich brauche ein Taxi. Meine Miete für mich übernehmen. Ich weiß mal anders überlegt, ich will gar nichts. Komm, ich brauche ein Taxi. Wo sind Sie? Essex Street, Lower East Side. Bitte warten Sie. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran. Tut mir leid, aber der einzige Fahrer in Ihrer Gegend geht nicht an sein Funkgerät. Ja, weil er gerade Pause macht. Haben Sie kein anderes Taxi? Nein, im Moment nicht. Keiner will in Süd-New York die Nachtschichten übernehmen. Die Gegend ist voller Spinner. Ja, Taxifahrern zum Beispiel. Das einzige Taxi, das in der Gegend zur Verfügung steht, ist das, wo der Fahrer fehlt. Ja, wir haben schon seit Tagen nichts von ihm gehört. Okay. Er hat uns sogar schon bei der Polizei als vermisst gemeldet. Aber die interessieren sich nicht für einen verschwundenen mexikanischen Taxifahrer. Einen mexikanischen? Wir sehen uns die ganze Zeit, dass uns irgendwann ein Ermittler anfunkt und dass sie eine Untersuchung starten. Aber bis jetzt habe ich von niemandem gehört. Jedenfalls kann ich Ihnen höchstens ein Taxi nach Haarlem schicken. Das dauert aber immer noch eine halbe Stunde. Ja, da will ich auch hin. Nein, ich kann nicht warten. Ich lasse mir was anderes einfallen. Okay, wiederhören. Jetzt ist mir schon etwas mehr nach die Waffe zu zücken. Ein verschwundener Taxifahrer hat mir gerade noch gefehlt. Ja, weil das einzige Taxi, was draußen rumsteht, hat nämlich einen, ich nehme mal einen irgendwie asiatischen Taxifahrer, der kein bisschen mexikanisch ist. Und ich würde sagen, das versuche ich mal in der nächsten Folge aufzuklären. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.